Hallo, hier ist nochmal euer Lina Bärchen. Ich freue mich, dass ich auf die dritte Geschichte diese Saison mit euch lesen kann und hoffe natürlich, dass wir uns auch bald wieder persönlich hier treffen. Unsere heutige Geschichte heißt Gummistiefelkinder und die ist wieder von der Sabine Streufart geschrieben, aus meinem Sandmann-Geschichtenbuch, das ihr ja schon alle kennt. Antonia, jetzt steh doch bitte auf. Antonias Mutter kommt die Treppe herauf und schaut ins Kinderzimmer. Na komm, wir wollen uns doch heute deinen neuen Kindergarten ansehen. Antonia schnappt sich Bello, ihren kleinen Stoffhund, und zieht sich schnell die Decke über den Kopf. Ich gehe nicht in diesen Kindergarten. Niemals, ruft sie unter der Decke hervor und schmollt. Schließlich war es nicht ihre Idee, aus der Stadt wegzuziehen. Dort hatte sie einen Kindergarten und Freunde. Dort gab es tolle Spielplätze und Geschäfte, in denen man sich Eis kaufen konnte. Aber ihre Eltern wollten ja unbedingt aufs Land ziehen, in ein Haus mit Garten. Und jetzt ist sie hier. Ohne Freunde, ohne Spielplatz und ohne Eis. Zum Kindergarten muss ihre Mutter sie immer mit dem Auto fahren. Und einkaufen kann man hier auch nicht. Hier gibt es nur einen Bauernhof, ein paar Häuser, einen kleinen See und viele, viele Felder. Wie langweilig. Antonia, bitte. Ihre Mutter hebt vorsichtig die Decke ein wenig an. Komm schon. Anschauen kannst du ihn dir doch wenigstens mal. Die Kinder hier sind bestimmt auch sehr nett. Tut es aber nicht, mault Antonia. Florian hat gesagt, dass die Kinder hier alle in Gummistiefeln herumlaufen und nach Kuhstall riechen. Schwungvoll zieht sie die Decke wieder herunter. Ich will nicht in diesen blöden Kuhkindergarten. War Florian denn schon einmal hier? fragt ihre Mutter vorsichtig. Nö, tönt es unter der Decke hervor. Na dann kann er das doch auch gar nicht wissen, oder? sagt Antonias Mutter. Eine Weile geschieht nichts. Dann raschelt es unter der Decke und Antonia steckt zögernd den Kopf heraus. Na gut, ich komme mit, ruft sie. Aber nur mal kurz gucken. Wenig später sind sie da und öffnen die Tür zum Kindergarten. Hier drinnen sieht es fast so aus wie in meinem alten Kindergarten, nur kleiner, sagt Antonia erstaunt und betrachtet die Garderobe mit den vielen Haken, an denen die Kinder ihre Jacken aufgehängt haben. Und dann bekommt sie einen Schreck. Unter dem Regal für die Hausschuhe stehen Gummistiefel. Eine ganze Reihe Gummistiefel. Siehst du, Bello, murmelt Antonia ärgerlich und so leise, dass ihre Mutter es nicht hören kann und drückt ihren Stoffhund fest an sich. Florian hatte doch recht. Dann rümpft sie die Nase und schnuppert. Wenigstens riecht es hier nicht nach Kuhstahl. Eher so nach Klebstoff und Farbe. Neugierig geworden, schaut sich Antonia im Kindergarten um. An den Wänden sind Klettergerüste befestigt. Die Fenster sind bunt bemalt und es gibt eine Spielecke mit einer großen Puppenküche. Die Kinder sitzen am Tisch und basteln lustige Schiffchen aus buntem Papier. Eine junge Frau mit Sommersprossen und Pferdeschwanz kommt auf Antonia zu. Hallo, ich bin Karin, sagt sie freundlich und reicht ihr die Hand. Und du musst Antonia sein. Schön, dass du uns heute besuchst. Dann zeigt sie Antonia, wo sie ihre Jacke aufhängen kann. Aber Antonia will die Jacke gar nicht ausziehen. Ich möchte doch nur mal gucken, sagt sie torzig und schaut ihre Mutter hilfesuchend an. Na gut, meint Karin und lacht. Dann schau dich erstmal in Ruhe um. Wir wollen sowieso gleich einen kleinen Spaziergang zum Bach machen und unsere Papierschiffe schwimmen lassen. Wenn du Lust hast, darfst du da auch gleich gerne mitkommen. Mit den Papierschiffen zum Bach gehen hört sich eigentlich toll an, findet Antonia. Sie schaut ihre Mutter an und fragt zögernd, darf ich mit Mami? Natürlich darfst du mitgehen. Ich warte so lange hier mit Bello auf dich. Sie nimmt Antonia den kleinen Stoffhund aus der Hand. Ein Mädchen zupft Antonia am Ärmel. Hallo, sagt sie etwas verlegen und hält ihr ein kleines rotes Papierboot hin. Ich bin Julia. Wenn du willst, gebe ich dir eins von meinen Schiffchen ab. Wenig später wandert Antonia mit Julia und den anderen Kindern zu einem kleinen Bach in der Nähe. Die bunten Schiffe hüpfen lustig auf den Wellen und die Kinder spielen in den Bäumen und am Feldrand. Antonia baut mit Julia eine Höhle aus Ästen. Sie ist so beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Und bald schon müssen sie sich auf den Rückweg machen. Das war ganz toll, Mami, ruft Antonia ihrer Mutter schon von Weitem zu. Wir waren am Bach und haben Schiffe fahren lassen. Und weißt du was? Ich habe ein echtes Reh gesehen. Auf dem Feld da hinten. Antonia deutet mit den Armen in die Richtung, aus der sie gerade gekommen sind. Und wir sind auf einem alten Baum herumgeklettert. Und dann haben wir eine tolle Höhle gebaut. Antonias Wangen glühen vor Aufregung. Darf ich morgen wiederkommen? Ich möchte so gern mit Julia in unserer Asthöhle weiterbauen. Antonias Mutter lacht. Natürlich darfst du morgen wiederkommen. Ich freue mich, dass es dir hier so gut gefällt. Juhu, klasse! Jubelt Antonia. Doch plötzlich fällt ihr etwas ein. Aber dann müssen wir unbedingt noch in die Stadt fahren und einkaufen. Sie deutet etwas verlegen auf ihren nassen Halbschuhen. Ich brauche ganz dringend ein paar Gummistiefel. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis bald!